So Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video hier zum Bitcoin-Kurs, denn auf den kleineren Timeframes sieht es ja aktuell einfach nur noch schrecklich aus. Bitcoin am Dumpen unter den 45.000$, sogar mittlerweile auf 43.000$ gedumpt. Wird das jetzt einfach so weitergehen? Sehen wir vielleicht dieses Jahr einfach mal noch einen Bitcoin bei rund um die 20.000$? Oder ist das vielleicht wirklich der letzte Liquidations-Wick, um alle Weekends aus dem Markt auszuspülen? Um das herauszufinden, werden wir uns natürlich heute nicht nur die kleinen Timeframes, aber auch die großen Timeframes beim Bitcoin-Chart anschauen. Ich werde euch natürlich auch ein Update über meine Trades geben, denn ihr wisst Leute, ich war noch in insgesamt 1,3 Millionen Dollar an Long-Position, haben diese Trades überlebt. Eröffne ich jetzt vielleicht sogar nochmal neue Trades, werde ich vielleicht short gehen. All das und mehr erfahrt ihr wie gesagt heute im Video, das heißt bleibt jetzt auf jeden Fall mal bis zum Ende dran. Und ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr diesen Kanal hier auf jeden Fall direkt mal abonnieren würdet. Das heißt, wenn der Abonnieren-Button bei euch noch rot ist, einfach mal draufklicken, abonnieren, die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu aktivieren. Das solltet ihr auch auf gar keinen Fall vergessen, dann verpasst ihr nichts mehr. Und gebt meinem Video auch gerne mal einen Daumen nach oben, vielleicht knacken wir einfach mal hier die 1000 Likes, das würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt lasst uns aber gar nicht großartig drum rum reden, sondern lasst uns doch direkt mal den Bitcoin-Chart etwas genauer unter die Lupe nehmen. Auf dem Daily-Timeframe erkennen wir natürlich ein sehr großes Warnsignal direkt schon mal und zwar ist das natürlich, dass wir aus unserem horizontalen VPVR-Support-Bereich auf dem Daily-Timeframe ganz klar nach unten ausgebrochen sind. Der nächste Support hier an der Stelle würde erst im Bereich von 40.000 Dollar reinkommen. Das heißt, sollten wir diese Tageskerze und diese Tageskerze wird nicht mehr allzu lange offen sein, um genau zu sein, nur noch eine Stunde und 38 Minuten, sollten wir diese Tageskerze tatsächlich unter dem 46.500 Dollar Level so ziemlich schließen. Das heißt, außerhalb hier von unserem horizontalen VPVR-Support- und Resistance-Bereich, dann bin ich relativ sicher, dass wir mit dem Bitcoin-Kurs noch weiter bis auf die oberen 30.000 Dollar Level fallen können. Und aus diesem Grund meine Trades, Leute, ich muss es euch ganz klar sagen, hier einer meiner Trades, der mit dem größeren Hebel, der wurde tatsächlich jetzt weg liquidiert. Das war ja tatsächlich ein Futures-Trade und die Futures fallen natürlich immer noch mal deutlich mehr als der Bitcoin-Kurs, wenn Bitcoin dann fällt, genauso wie die Futures mehr ansteigen, wenn der Bitcoin-Kurs steigt. Das heißt, in dem Fall die Position leider geschlossen, da muss ich jetzt einfach mal einen Verlust mit hinnehmen. Aber wie ihr wisst, Leute, nicht alle meine Trades laufen immer positiv, manchmal gibt es auch einen kleinen Rücksetzer. Und natürlich bin ich weiterhin in meiner sicheren 3,6x-Hebel-Long-Position drin, die 400.000 Dollar groß ist, die erst bei einem Preis von 37.000 Dollar liquidiert werden würde. Und da muss ich wirklich sagen, glaube ich jetzt vorerst mal, dass wir nicht hingehen, aber das hängt auch einfach ganz klar davon ab, ob wir beim 40.000 Dollar Level bouncen oder nicht. Das wird uns erst die Zukunft, sage ich jetzt mal, sagen können, ob wir jetzt auf 37.000 Dollar gehen. Das ist jetzt noch nicht wirklich vorhersehbar. Schauen wir doch aber jetzt auch nochmal auf die größeren Timeframes dahin. Da ist nämlich wirklich das, was eigentlich gerade so wichtig ist. Und zwar, was hier gerade passiert ist, etwas sehr, sehr gefährliches. Ich muss hier mal ganz kurz natürlich in den Logscale gehen. Was hier gerade passiert ist, etwas sehr, sehr gefährliches. Und zwar auf dem Weekly Timeframe, wie ihr gerade schon sehen könnt jetzt, wenn ich die EMA-Ribbons anmache. Leute, wir verlassen aktuell mit der aktuellen Wochenkerze die Weekly EMA-Ribbons nach unten. Und das, Leute, in der Vergangenheit bei Bitcoin war immer ein sehr schlechtes Zeichen. Die EMA-Ribbons nach unten hin zu verlassen, ist in unserem gesamten letzten Bullenmarkt nicht passiert. Das ist nicht mal im gesamten Bullenmarkt von 2012 bis 2014, 2013, Ende 2013 das Top. Da sind wir auch kein einziges Mal unter die Weekly EMA-Ribbons gefallen. Immer erst, wenn dann wirklich der Bullenmarkt vorbei war. Und aus diesem Grund muss ich natürlich jetzt sagen, das ist hier schon sehr besorgniserregend. Natürlich haben wir noch vier Tage Zeit. Wir haben noch vier Tage Zeit, um den Kurs wieder über das, ja, so ziemlich 44.000 Dollar Level zu bringen. Wir sehen aber auch hier zum Beispiel, haben wir auch theoretisch die Wochenkerzen außerhalb geschlossen. Die nächste ist dann aber direkt wieder reingepumpt. Deshalb muss man auch ganz klar sagen, dadurch, dass das auf so einem großen Timeframe ist, gibt es da natürlich eine gewisse Flexibilität. Wir möchten jetzt nur nicht sehen, dass wir irgendwie wirklich mit dem Bitcoin-Kurs jetzt über die nächsten zwei, drei Wochen irgendwie auf unter 40.000 Dollar dumpen. Ich meine, dann sind wir ganz klar unter den Weekly EMA-Ribbons und das würde definitiv bedeuten, dass wir wahrscheinlich zumindest mal bis hier runter auf die 23.000 Dollar korrigieren würden. Es ist aber ja noch nicht zu spät. Vier Tage haben wir ja noch Zeit, bevor jetzt in irgendeine Panik verfallt. Aus diesem Grund habe ich natürlich meine Long-Position auch immer noch drin. Vier Tage hat der Bitcoin-Kurs noch Zeit und auf den kleineren Timeframes, wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal anschauen, anhand des 4-Hourly-Timeframes. Auf den kleinen Timeframes sieht es ja immer noch, es sieht zwar nicht allzu gut aus, wir sind auch kurz davor, wie man hier sehen kann, jetzt langsam anzufangen, keine Higher Lows mehr zu formen. Aber so gesehen, solange wir hier zumindest mal diesen Downtrend-Kanal halten, also zumindest mal über die 40.000, über den 40.000 Dollar bleiben innerhalb der nächsten 4-5 Tage. Im besten Fall müssten wir natürlich hier wieder rüberpumpen über die 46.500 Dollar innerhalb der nächsten 4 Tage. Wenn das geschafft wird, dann können wir uns relativ sicher sein, dass wir mit dem Bitcoin-Kurs auch weiter steigen können. Aber wie gesagt, diese Woche, die nächsten 4 Tage, ich bin sehr vorsichtig und ich warte einfach mal ab, was passiert. Im Gegenteil, was passiert bei V-Launch? V-Pet, Leute, V-Launch, V-Pet, Bitcoin, dump, 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 und man muss es einfach mal so sagen, ich meine, V-Pet, V-Launch konsolidiert einfach nur. Ja, wir haben hier einen riesen Run-Up gehabt von, seien wir mal realistisch, gut, hier unten konnten nur ganz wenige Leute kaufen und hier bei dem riesigen Pump am Anfang, ja, auf einen Dollar hoch. Das heißt, wenn wir das alles mal mit rausnehmen, trotzdem, hier gab es eine fette Konsolidierung so um das einen Dollar Level rum. Das heißt, ganz, ganz klare Geschichte, in der Zeit, wo Bitcoin hier wirklich von so gesehen 60.000 Dollar bis runter auf jetzt 43.000 Dollar gefallen ist, ist tatsächlich hier bei V-Launch, V-Pet einfach mal ein 100% Pump. Ein 100% Pump hat stattgefunden und seitdem wir so viel dumpen, konsolidieren wir einfach nur ein bisschen. Jetzt sehe ich hier die nächste Breakout-Chance tatsächlich bei V-Pet, V-Launch. Ein Descending Triangle, was ja eigentlich ein bearisches Chart-Pattern ist, was aber schon mal nach oben ausgebrochen ist. Und jetzt sieht es so aus, als könnte das hier tatsächlich nur ein, wie ein Breakout-Retest tatsächlich sein. Das heißt, solange wir jetzt hier durch die 2,07 Dollar-Marke für V-Launch-V-Pet durchkommen, das ist die Marke, die ich aktuell im Auge behalte, 2,07 Dollar. Das ist nämlich das alte Hoch, bevor der Retest dann sozusagen stattgefunden hat. Und sobald dieses alte Hoch nach einem Retest wieder nach oben hin durchbrochen wird, dann kann man sich sehr, sehr sicher sein, wenn dann auch noch ein bisschen das Volumen höher ist als davor, dann kann man sich eigentlich zu 99% sicher sein, dass die Korrektur ein Ende nimmt. Und ich glaube, das hier wäre dann tatsächlich so der Move, das wäre dann vielleicht so der Move oder das Breakout, den V-Pet V-Launch schon auf ein neues All-Time-High bringen kann. Aber dafür müssen wir erstmal abwarten, das Breakout würde nur stattfinden, wie gesagt, wenn wir hier über den alten Hochpunkt drüber kommen. Ansonsten kann man hier definitiv jetzt erstmal nicht irgendwie reinformen, einfach aus dem Grund, weil es natürlich ein Descending Triangle ist und man jetzt bis zur Spitze erstmal wieder warten muss, in welche Richtung es ausbricht. Aber so oder so, ich meine, wir haben ja einen super coolen Run gehabt und eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, Leute, es wurde gerade getweetet, Und morgen wird eine neue Free-ID-All-Location announced, das heißt, morgen werdet ihr herausfinden, bei welchem neuen Projekt ihr wieder kostenlose Token bekommen könnt. Ihr wisst es ja, insgesamt Coin-Web-Paar-Millionen, Decimated-Paar-Millionen, ja, an Free-Tokens, äh, Rainmaker dasselbe, an Free-Tokens, die einfach hier die Warriors in der Community, die V-Pet-Tokens-Staker erhalten diese ganzen Free-ID-All-Locations. Und ich meine, es sind erst 50 Millionen Dollar in V-Pet oder sowas gestaked und allein Coin-Web und Decimated waren über 5 Millionen Dollar an Free-Tokens für die Community, soweit ich weiß, für die Leute, die V-Pet staken und das alles in den ersten 2-3 Tagen des neuen Jahres. Ja, also das ist theoretisch ja eine 10% ROI, wenn man es jetzt so sieht, plus noch extrem hohe Staking-Rewards, die, glaube ich, aktuell immer noch, wenn man mit dem höchsten Bonus ablockt, ähm, mindestens mal bei 100 oder, ja doch, bei über 100% sind die aufs Jahr gesehen auch gerade noch. Das heißt, da, V-Pet muss ich wirklich sagen, ich gehe davon aus, das hält gerade nur so gut, ähm, obwohl Bitcoin extrem dumpt, eigentlich müssten wir hier auch dumpen, das hält nur so gut, weil eben viele Leute weiterhin noch kaufen und anfangen zu staken. Ähm, aus dem Grund, denke ich, hält sich hier der Kurs noch aktuell ziemlich gut. Aber gut, äh, jetzt würde ich sagen, wenn es euch vielmehr gefallen hat, dass ihr auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren, ansonsten würde ich sagen, ähm, schreibt mir einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns, bis dahin, haut rein, ciao, ciao.